Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem flüchtenden Schlüsselgenerator. Der ist da gerade eben rüber gelatscht. So ist man hier natürlich wie irgendwie hinterher, ne? Der eine Ninja ist komischerweise noch nicht wieder aufgetaucht. Okay, danke. Okay, danke. Ach, da liegt wieder irgendwie wat. Ah, ich wollte die E drücken. Okay. Das bringt mir gar nichts, okay. Gut zu wissen. Muss ich doch irgendwo hoch? Voraussichtlich hier. Vielleicht aber auch nicht. Oh, ich muss da drüben hoch. Ah, okay. Jetzt habe ich erkannt. Oh, ich hätte da drüben hochgemusst. Ich kann da drüben mal, wenn ich hoch. Nehmen wir an, dann hier, I guess. I don't know. Hüpf doch drüber. Dann los mit dir. Bruder. Nicht der vorgesehene Weg. Merke ich schon. Hallo, Plattform. Okay. Muss ich mir erst selber wieder runterfahren, das Riesending hier. Oh, hey. Da drüben sind Dinge. Leben unter anderem. Proximity mine. Hallo, ich will die haben. Danke. Okay. Dann kann ich auch einfach so rüber hingehen. Er ist da runtergehoppelt und in die Richtung weitergegangen. Das weiß ich noch ganz genau. Habe ich gesehen. Wir wollen von hier aus. Wahrscheinlich auch wieder bei sowas irgendwie. Ich gehe da plötzlich auf die Leiter. Habe ich irgendwie nicht erwartet. Keegan! Schüsselgenerator. Oh, äh. Ich laufe immer irgendwo gegen, wenn ich nicht hingucke. Meine Fresse. Farsch mich nicht. Arschloch. Da ist der Ninja gewesen. Ne, Pistole brauche ich nicht, danke. Aber die Rüstung nehme ich gern. Hier irgendwo? Da ist noch einer. Halleluja. Ihr dummen Fotzen. Ja, dann komm doch her. Trau dich. Ey, da ist noch einer. Das ist so ein dummer Hurensohn, der sich getarnt hat, indem er einfach nur rumsteht, ey. Das ist so ein saueres Wort, blöde. Wie kann ich die Achter? Kann ich da unten runterholen? Ich bin ja blöd. Ich fahre anscheinend auch von selber wieder hoch. Das macht es mir zum Glück recht leicht, da rauf zu hüpfen und dann einfach zu warten, bis ich hängen kann, ne? Ja, fährt schon wieder hoch. Schlüsselgenerator. Aber jetzt keinen Scheiß hier, ne? Bruder. Keinen Scheißerino machen. Dummes Arschloch. Blödes. Du machst Scheiße. Ihr habt gesagt, du sollst keinen Scheiß machen und du machst trotzdem Scheiße. Was ist denn los mit dir? Ninja. Ninjas. Multiple. Pissen. Sollt ihr euch. Hab andere Probleme jetzt. Wir haben auch die Waffe wechseln hier. Keegan, du solltest doch nicht ins Licht gehen. Au. Aua. Lass das. Das ist mir praktisch die ganze Rüstung weggebrannt. Irgendwer hat mir auf jeden Fall gesagt, dass ich wegbleiben soll. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber... Ich hab mich nicht dran gehalten. Anscheinend. Ich hab dich schon gesehen. Da bist du. Hallo. Aua. Piss dich. Oh, er ist schon tot. Okay. Meine Rüstung ist praktisch weg. Okay. Danke. Oh, Schlochbläde ist... Oh, Schlecherbläde eigentlich. Nagelkanone. Ja, die Sniper kann ich noch verwenden. Die sind ja meistens direkt in meiner Fresse, ne? Oder ewig weit weg. Also, die eignet sich eigentlich ziemlich gut, um die wegzuschnüppeln. Glaube ich. Manueller... Äh... Türen... Überfahrungs... Fack dir da, du. Oh. Ach, das ist die Tür. Okay. Danke. Oh, und sie geht wieder zu. Okay, dann bin ich eingesperrt hier. Danke. Hä? Wo? Oben. Dummes Hurensohn. Da ist noch einer. Habe ich schon gesehen, oder, Schloch? Unsere getroffen. Bastard. Da oben habe ich auch gesehen. Ist nicht. Anschleichen hier. Ich habe Augen. Aber ich sehe jetzt sonst keinen mehr. Momentan. Ne, nicht. Okay. Was ist das, was da gerade auf uns zukommt? Obstruction attested. Safety Lockdown engaged. Tramp offline. Oh, okay. Release der Cargo. Z ist abstrakt, nicht zu trainen. Ich habe dich gesehen, du dummer Hurensohn. Wupp. Nehme ich. Danke. Z kann ich nicht betätigen. Das heißt, es bleibt hier liegen. Okay. Das muss ich irgendwie steuern. Oh, hey. Ich kriege Muni. Geil. Oh, oh. Da ist ein Snibber da. Vorne. Glück gehabt. Kein Glück mehr gehabt. Ich habe dir in zwei geschossen. Hä? Ah, noch einer. Nein. Bin nicht einverstanden mit deinem Vorgehen. Ich bin mir darüber durchaus im Klaren. Ich nehme mir aber noch die Muni mit. Oh. Ich habe mich zweimal nicht getroffen, Alter. Fick mein Leben. Da ist noch einer. Gewesen. Brauche ich. Danke. Das ist schön. Da noch irgendwo was? Anscheinend nicht. Aber ich glaube, da oben ist die Steuerung. Ja, genau. Da püpelt das nämlich auch. Jo. Mach ja schon was hier. Alles gut. Wo? Okay. Dann lässt das wohl aus dem Weg. I guess. Oh. Ich habe da was gesehen. Ja, da ist er auch. Oh Gott. Unterlassung. Was ist das denn? Missile Launcher, ne? Brauche ich ja nicht. Hä? Ich bin nicht getroffen. Vielleicht sei das aus dem Weg gegangen oder was? Ja, bist du. Ich darf dich so nicht. Wieso? The fuck? Und was für ein Pickup-Sniper-Reifel? Habe ich doch gerade gesehen. Aua. Nein. 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 Von da hinten schießen die auf mich, ey. Nein. Der ist auch hinüber. Das ist gut. Aua. Warum stehe ich jetzt im Flammern? Nein. Muss natürlich auf Kopf treffen, wenn man komplett instant killen will. Zumindest bei diesen Soldaten anscheinend. Ach, da ist noch einer unten auf der Tram. Zeig dich. Arschlochblödes. Zeig dich stattdessen. Ja, anscheinend. Okay, der ist hinüber. Der ist auch hinüber. Und da hinten, weiß ich nicht mehr. Unten war aber irgendwo noch einer. Oh, hey, da brennt einer. Da brannte einer. Nachladen. Aua. Wo kommen die Schüsse her? Ja, da hinten. Tschüss. Der ist auch hinüber. Okay. Hey, Leben. Z. E. Danke. G. Moment. Ich muss außen rumlaufen anscheinend. Wo lang? Anscheinend da, wo die alle herkommen. Habe ich sie jetzt etwa alle? Anscheinend. Könnte sein. Sieht so aus. Wirkt so. Hey, da ist Leben. Tja, es ist ein bisschen zu spät, wie mir gerade auffällt. Meinst du es? Ja, Schnippel, äh, Ammo. Das ist auch schön. Da werde ich mich jetzt nicht beschweren. Immerhin habe ich sie alle weggeschnippelt gekriegt. Das ist auch schön. Da ist noch Schnippel, Ammo. Das ist schön. Noch mehr Ammo, die ich nicht brauche. Freck, na nee, das ist wieder gut. Okay, da ist auch noch mal Schnippel, Ammo. Noch mal, äh, Granaten. Okay, Alter, warum wirst du so laut? Spiel! Zäh, fix! Okay, ähm, ich muss da vorne irgendwo kontrollieren, äh, Dingens machen, dass das weiterfährt. Spiel! Spiel! Okay. Cool. Okay. Jo, mach ich. Oh? Hm. 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 Huh. Yeah. Ja, ich habe gar nicht so auf den Hintergrund geachtet, sieht irgendwie fucked up aus hier. Oh hey. Okay. Oh. Oh ma. Erschreck mich halt so. Du Arsch. Bleib. Sau. Was soll das? Was? Come again? Komm da nicht mehr durch jetzt. Äh. Kann ich hier außen rum gehen oder so? Ja, sieht so aus. Hey, da ist ein Hellskid. Kann ich da nicht rankommen? Kann ich da nicht raufkommen? Äh. Okay, das klappt nicht anscheinend. Nur wie komme ich dann da jetzt rum? Oh. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Mach mir nicht Aua, Alma. Bittl. Bittle. Z geht auch nicht, dann muss ich es liegen lassen. Gut. E. Aaaaaah. Einige Buchstaben, die ich gerade durchwechsle. Alma, was will ist denn? Hm? Sache mal an hier jetzt. Spreche mal Tacheles. Klartext so. Alles leiser geworden. Alma ist closing in. Awart undocked. Complete. Approach. Und so der Telesthetic Amplifier. Oh. Oh. Okay. Ich habe keine Waffen mehr momentan. Sieht man auch. Und ich habe sehr kurze Arme anscheinend. Oh, das ist fucked, Alter. Oh. Okay. Hallo. Oh, das ist böse. Da hat sie einmal gechillt und dann wird sie wieder back in den Vault gepackt, Alter. Sorry, Alma. Also, ich fühle mit dir, Alter. Ich meine, ich wäre eigentlich längst auf deiner Seite. Und würde gegen die anderen kämpfen. Aber ich kann mich hier nicht umentscheiden in den Spielen, ne? Äh, Bescheid. Bescheid. Hier ist die Schaukel. Kann ich dich irgendwie anschieben oder so da drauf? Entscheidend leider nicht. Schade. Gut zu wissen, dass das hier in so einem fucking Dingens war. Alles andere ausgeblendet. In so einer fucked up Umgebung. Einmal. Okay. Aua. Okay. Das heißt. Okay, bei euch läuft nicht so. Ja. Okay. Chillick. Ja, ich bin... Keine Ahnung, ob ich close bin. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg, ne? Armor full. Snap battlefield full. Wir haben uns gerade einfach nur ein paar Sekunden angeguckt. Hallo. Hallo. Töten. Ha. Bitch. Nuss das jetzt auch, wenn ich das schon mal hab, ne? Nein. Nein. Unterlassung. Ja, das war das Bein. Da weggeknödelt hab. Oh, hey. Nachladen. Ganze Hut ist weit am rumzippeln. Hey, der gehört zu uns. Hey. Okay. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Sind das viele jetzt. Auf einmal. Ah, hör auf. Alter. Mein Leben. Piss dich, Junge. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Hey, Armour. Das ist schön. Danke. Oh, hey. Oh, tschüss. Danke. Oh, ich dachte, du wärst genau reingelaufen. Oh, ich dachte, du wärst genau reingelaufen. God damn, Beckett. You were a bad motherfucker. I'll tell you that. Danke, I guess. Oh, hey. Kann ich jetzt da rein? Right through here. Damn it. Okay. Hm. Ja, das war klar, dass sie diese Minute nutzen. So gut sie können. Okay. Dann Turret. Jetzt wird's offensiver hier. Jetzt wird's lustig. Freunde der Nacht hier. Sau preißen. Bläden. Oh, yeah. Oh, yeah, motherfucker. Yeah. He fucking dead, too. Au. Oh, yeah. Die Musik, though. Oh. Hey, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Kann ich durchschießen. Keine Ahnung. Ja, gerade ein schlechter Zeitpunkt, Kirschi. Ich hab gerade ein bisschen zu viel hier zu kämpfen. Suka. Suka. Alter, wo überhaupt? Da ist der schon wieder. Den haben wir doch einen Freund schon mal gesehen. Ja. Okay, der ist auch eliminiert. Aua. Kommt der denn jetzt her? Ui, das hat gezogen. Ich hab's. Die Tür ist ört. Puh. Bleib da und kümmern unsere Arten. I don't want any surprises. Understood, Lieutenant. Okay. Gut. Gehen wir da noch rein? Mach mal im nächsten Part. Ja, äh, jedenfalls, äh, Dingens, Part beendet, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part, würde mich freuen. Bis dann, haut rein, Leute. Tschüss.